Willkommen zurück zu Stardew Valley. Was läuft? Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von Arcana Bedeutung verpackt. Nutze ihn weise, Emrasmodius Zauberer. Wow, er hat Yadda da reingetan. Diese Taxi-Animation, ist das so langsam? Ich glaube... Oh, süß. Der ist an den Monstern vorbeigelaufen. Stopp. Die bringen nicht so viel. Da droppen nix. Das sind Schleimer. Ich tu dir keins mal. Die droppen aber. Vielleicht... Ich hab von denen schon welche bekommen. Ja, doch tatsächlich. Stimmt's. Ja, wovon hab ich denn jetzt geschlafen? Die ist ja nicht exklariert. Nein. 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 Ich will essen. Storben. Verdammt. Verdammt. Neur. Oder orange. Oder gelbe. Naja, eigentlich brauchen wir alle Farben noch. Zählen diese Kiefrüchtern blau. Stimmt, aber die wollen wir da vielleicht nicht für verwenden. Na ja, gut, aber wenn wir schon so viele haben... Wir brauchen ja so viel, ne? Nee. Hey, warum steht Leo im Weg? Ich krieg keine Tipps mehr, wo die Warnisse sind. Verdammt. Das sind schon viele, ey. Das könnte was werden. Könnten denn noch welche sein? Hast du schon den Baum da angehackt? Ja, der war grad nicht voll. Sehr gut. Critical. Crit, crit, crit. Jo, warte mal. Ist ein Maulwurf. Zwei Maulwurf. Ich kann das auftroppen. Haben Sie das gedroppt? Ich wollte eigentlich die Mega-Bomb. Ach, was ist das? Ja, ich hab zwei Schadzwirken. Das ist kein Problem. Nice. Ich hab drei Mega-Bomben davon. Da hat jeder bekommen, was er wollte. Ich habe ein come Zapfel, hast du auch gemacht. Ich hab den da geblieben. Ich hab den da geblieben. Ich hab den da geblieben. In's einem Fall? Das ist doch ein Schatz. Das ist doch toll. Ich hab den da geblieben. Und noch einer. Ist der D-Sleim mit dem Stern am Kopf eigentlich stärker? Ich glaube die sind, ja, die sind in Rage. So, gleich nächste Ebene, dann können wir uns eigentlich schon auf dem Weg zu bilden. Mal gespannt was ich für diese... Wie heißen die Dinger? Diese Cinder Spirits oder so bekommen. Ich hoffe es ist ein Abheilbring. Ich glaube den bekommen hat für was anderes. Kritt. Super gut, verpronanz Schaden. Einschlagen. Der Abheilbring ist richtig praktisch. Find ich auch. Ja der macht vielleicht einen Schaden. Das ist richtig. Ja, weil man selber nicht mehr... Dass man keine Energie braucht, um in der Mine weiterzukommen. Achso. Ok, ich dachte der macht nur irgendwie so eine Explosion. Dass er vielleicht einen Schaden erproziert. Naja, der macht dann... Bei der Explosion gehen die ganzen Steine drum herum kaputt, ne? Ah, was? So als wenn du mit Bomben durch die Mine gefällst. Das ist der perfekte Ring. Die dir aber keinen Schaden machen. Weil das ist ja dein Ring. Okay. Aber... Gibt's da ein Friendly Fire? Das... Sehen wir dann. Okay, das... Dann würde ich ihn ungern Sven in die Hand geben. Dann würden wir nur noch nachkommen. Na ja, was soll das denn heißen? Dass du ein Teamkiller bist. Ne. Das hab ich noch nie gemacht. Nicht streiten, Kinder! In welchem Spiel soll ich denn sowas bitte gemacht haben? Soll ich sie gleich aufzählen? Finde ich unverständlich. Bitte in alphabetischer Reihenfolge, Johan. Oder gar nicht. Das dauert zu mir. Hä? Was seid ihr denn? Ich finde euch gar nicht. Ich dachte, ihr sammelt Cinder Shards. Wollt ihr jetzt in die Geldi? Ach so. Gelatin Mask. Savage Ring. Deswegen ist hier alles voll mit Gegnern. Und Cinder Shards. Oh, wie hört ihr? Hm, ich hab noch nicht genug Schleime. So was doof ist. Aua. Wie viel Schleime hast du, Johan? Wie hast du denn? 660. Wow. Und Galaxy Hammer kostet einfach nur 75.000. Also wir brauchen noch ein paar rote Sachen, ein paar grüne, also einige grüne Sachen und ein paar lilane Sachen. Hast du gerade was abgegeben, Rifi? Ja. Stark. Also blau, gelb und orange haben wir jetzt vollständig. Sehr schön. Das ist ja fantastisch. Welche Farben fehlen noch? Grün? Grün, lila und rot. Hm. Für grün schlage ich Alken vor. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Was machen wir mit Lila? Äh, Lila haben wir letztes Mal Void Essence genommen, davon hatten wir damals über 300. Stimmt, stimmt. Das habe ich auch gemacht. Das haben wir jetzt immer noch. Wahrscheinlich. Gaubar. Aber wo ist denn der Galaxy Hammer? Nimm bei dem ein Dude. Ähm, Tresen. Einfach runterscrollen. Äh? Nee? Mir wird er nicht angezeigt. Aber ich könnte ihn kaufen. Dann kaufe ich ihn. Kann man den nur sehen, weil man sich ein Galaxieschwert... Wahrscheinlich sehen das nur die Leute, die sich selber ein Galaxieschwert gemacht haben. Achso. Okay. Dann kaufe ich das. Dann kauf. Fürs Team. Fürs Team. Lava Katana. Für die Horde. Oder wollen wir einen Dagger? Nee, der ist nur Level 8. Ja, ich würde den Hammer nehmen. Spezialfähigkeit für den immer interessieren. Beim Dagger stichst du einfach nur schnell zu. Spezialfähigkeit ist wie bei jeder Keule, ne? Ja, also das... Du machst halt einen heftigen Rundumschlag einmal. Okay. So, so. Ist aber ziemlich cool. Da siehs. Trau ich mich jetzt noch weiter eigentlich nicht. Ist irgendwie... Schwierig. Hm. Boah. Soll ja nicht so... Heftig aus. Was machen wir jetzt noch, Johan? Ich geh angeln, glaub ich. Psst. Morgen geht's dann wieder auf die Insel. Was sind da Schatzfunk? Wie viel hast du denn eigentlich jetzt? 13 im Inventar. 13 im Inventar. 13. Okay, ich hab 89. Wir brauchen 120. Genau. Ein paar Tage noch, dann haben wir's. Ich hab neun. Wenn ihr zur Insel fahrt, könnt ihr ja dann Schattenessenz mitnehmen und irgendwas grünen Algen und irgendwas rotes. Okay. Evi trau dir nicht zu viel zu. Was ist das? Krass. Danke, dass... Haben wir noch Lachsbären? Zehn hier als Rot? Lachsbär. Bestimmt, aber ich hab keine gesehen, so offensichtlich. Wobei, vielleicht hab ich die auch ösefisch. Waren da ein paar, aber es waren halt nicht genug. Und Tomaten haben wir noch gleich? Kann auch, glaub ich, die Korallen abgeben, oder? Richtig. Okay, also... Was war jetzt nochmal auf der bestelltesten? Der Schattenessenz, Algen? Ich nenne das Hommes. Schattenessenz. Ist das diese schwarze Sonne? Ja. Okay. 100 Stück davon, ne? Ja, wir brauchen noch ganz 100. Ähm... Ich nehm mal einfach 100 mit. Wir brauchen nur noch 80 linane Sachen. Okay, nehm ich mit. So weit? Wir brauchen 96, wären cool. Also 96 grüne Sachen brauchen wir noch. So Algen dann, ne? Man kann auch dieses Gras nehmen, was wir für den Tinger einmal genommen haben. Fasern, ja. Ich hab auch gerade 33 Fasern gesammelt. Ich hab gleich noch 50 im Inventar. Ah. So... Was denn noch? Äh, was Rotes, ne? Tomaten haben wir nicht so viel. Altes, was Neues, was Rotes. Was Gebrauchtes. So sammeln wir schon für deine Hochzeit, Alex, oder was? Ja. Okay. Ich erwarte, dass du einen Anzug trägst, Johan. Und nicht deine blöde Skelettmaske. Wir haben noch einige rote Pilze, davon kannst du welche mitnehmen. Okay. Rote Pilze, ja. Also, es reicht auch nicht, Johan. Ich nehm' ich erstmal die 28. Kann man nicht irgendwelche Krebse nehmen? Wie viele hast du denn? Ne, sind die nicht noch irgendwo in der Kiste? Wir haben 49 Garnelen. Ja, die sollten noch passen. Die Frage, ob die akzeptiert werden, ne? Die sind rosa. Ich glaub, dass die rot sind. Das wird schon gehen. Ah, da sind sie. Okay. So, ein paar Korallen dann auch, oder? Was? Und hätten wir jetzt... 77 rote Sachen. Da habt ihr schon welche reingetan? Wir brauchen... Rot brauchen wir nur noch 36, seh' ich grade. Ja gut, dann passt das ja, wenn die Garnelen zählen. Grün brauchen wir halt 96, ne? Und 80, die deine Sachen. Grün habe ich die Algen. Okay. Super. Spoilessens. Sehr gut. Und wo sollt ihr dann hin? Also... Ähm, in diesem Raum von Balki kommen die, ähm, links in die Kiste. Okay. Ah. B. 0.50. Oh, Guss. Na, wer levelt? Ja, und kleine Bäume gehackt, also gleich. Wer hat wohl die Fruchtsaat verkauft? Wer hat wohl die Fruchtsaat verkauft? Wer hat wohl die Fruchtsaat? Du? Was ist denn da passiert? Brauchen wir welche? Ich hab welche? Wir brauchen doch keine urhalte Fruchtsaat, oder? Doch, urhalte Samen kann man immer brauchen. Ja, okay, nächsten Mal behalte ich die. Kann Johann die Insel mit begrünen, oder bebläuen, oder was auch immer. Zwei Kiefrüchte habe ich verkauft. Mega gut, oder? Hat zwei Gold gegeben. Ja. Mega. Gut. Kiefrüchte läuft sehr gut, prismatische Anzeige läuft sehr gut. Was haben wir sonst noch zu tun? Süßkartoffeln. Süßkartoffeln? Eww. Was machen wir damit? Irgendwie den Auftrag, 100 Süßkartoffeln anzubauen. Oh. Und zwar. Kümmern wir uns darum? Irgendwie nicht, ne. Nö. Okay. Also die 100 Süßkartoffeln sind auf der Insel angebaut, ne, glaub ich. Auch echt? Alle ist bisschen abgehackt. Die hängen da irgendwo rum. Ja, dann sind die ja angebaut, kein Problem. Wenn sie nicht abgehackt worden sind. Hä? Ja. Kann sein, dass ich ein paar weggemacht habe, ja. Naja, das werden wir dann sehen, wenn die Kiefrucht-Geschichte durch ist. Ja, sehen wir dann. Das wird schon. Hehehehe. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschuuu. Ciao. 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 Ciao.